Was geht Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar Leute, ist es ein kleines Special, denn wir haben die 2.222 Abonnenten erreicht. Und da dachte ich mir Leute, da es tatsächlich lange gedauert hat, von den 2.000 auf die 2.222 zu kommen, bringe ich doch einfach mal zwischendurch so ein kleines Special raus, weil das so eine coole Zahl ist. Und ja Leute, ich hab gedacht, da bringe ich doch mal wieder ein Texture Pack. Auf jeden Fall kennt ihr das Pack höchstwahrscheinlich schon so halbwegs, denn es ist wirklich nur ein ganz kleiner Edit von dem Tyler 25k Pack. Und Leute, wirklich, also ihr braucht es nicht in die Kommentare zu schreiben. Es wurde wirklich nicht viel verändert. Ich gebe es auch wirklich nicht als mein Pack aus. Also wenn ihr wirklich das Originale möchtet, das verlinke ich auf jeden Fall auch in der Beschreibung. Es ist wirklich einfach nur eine kleine Erneuerung, so wie halt vom Cookie Pack, was einfach zu den 2.000 Abonnenten rauskam. Auf jeden Fall ist es das Alvi UAC Pack. Ist einfach ein kleines Edit von dem Tyler's Pack. Und ja, sonst würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Dern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Outro